Killt Candy Crush das Klima? Candy Crush killt das Klima nicht. Bei anderen Spiele-Apps sieht's aber schon schlechter aus. Aber wie können Spiele-Apps überhaupt schlecht fürs Klima und für die Umwelt sein? Ich mein, man macht da ja nichts Böses. Man schiebt ein paar bunte Steinchen hin und her, springt auf Zügen herum oder schneidet Melonen in zwei Hälften. Mir geht's natürlich nicht darum, was man da in den Spielen konkret tut. Von mir aus könntet ihr da auch digital E-Fuels in Porsche kippen. Mir geht's darum, wie viel Strom diese Apps verbrauchen. Solange nicht der gesamte Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, verursacht die Stromerzeugung Emissionen. Je mehr Strom man braucht, desto mehr Emissionen werden also verursacht. Und das gilt natürlich auch für Apps. Heute geht es um den Stromverbrauch von Spiele-Apps und da sind zwei Fragen zentral. Die erste Frage ist, wie viel Strom verbrauchen Spiele-Apps eigentlich? Und die zweite, können Spielehersteller diesen Stromverbrauch leicht reduzieren oder ist das schwierig? Aber erstmal, wie verbraucht so eine Spiele-App überhaupt Strom? Beim Stromverbrauch von Apps denkt man natürlich erstmal an seinen Handy-Akku. Klar, Spiele-Apps ziehen Akku, aber das macht für den Gesamtstromverbrauch der App tatsächlich nicht viel aus. Denn Spiele-Apps spielt man meistens nicht offline, sondern mit Internetverbindung. Über die Internetverbindung werden Daten ausgetauscht und hier wird tatsächlich der meiste Strom verbraucht. Nicht auf meinem Handy, sondern auf dem Weg, auf dem die Daten auf mein Handy gelangen. Dass Mobilfunknetz und WLAN-Netze Strom verbrauchen, das ist natürlich keine Überraschung. Aber der Punkt ist, sie verbrauchen nicht immer dieselbe Menge an Strom. Je mehr Daten gesendet werden, desto mehr Strom verbrauchen die Netze. Wenn eine Spiele-App also viele Daten benötigt, dann verbraucht das mehr Strom, als wenn sie wenig Daten braucht. Je mehr Daten, desto schlechter für Umwelt und Klima. Wir haben herausgefunden, dass bei vielen Apps ein Großteil der Daten, die übertragen werden für die Funktion der App überhaupt gar nicht notwendig ist, sondern nur übertragen wird für die Werbung. Mehr dazu in unserer Folge Werbung als Stromfresser 5 Tipps für nachhaltige Handy-Nutzung. Bei den Spiele-Apps wollten wir jetzt wissen, wie hoch ist der Anteil der Werbung genau? Und man sieht da leider, wie viel das ausmachen kann bei den Spiele-Apps. Das ist echt Wahnsinn. Wie viel Werbung ausmachen kann? 98 Prozent. 98 Prozent Werbung. Aber erstmal dazu, wie wir diese Spiele-Apps überhaupt getestet haben, damit ihr das einordnen könnt. Diese Spiele-Apps sind alle darauf ausgelegt, dass man kurz mal zwischendurch zwei bis drei Runden spielt. So haben wir das deshalb auch in unserem Test gemacht. Wir haben uns so eine Spiele-App genommen, haben die zwei bis drei kurze Runden gespielt und haben dann geschaut, welche Daten übertragen wurden und in welcher Menge. Und das haben wir dann pro App 30 Mal gemacht und die durchschnittliche Datenmenge genommen, damit nicht irgendein blöder Ausreißer unser Ergebnis verfälscht. So, jetzt aber wieder zurück zu unseren unfassbaren 98 Prozent Werbung. Das war der krasseste Fall in unserem Test. Die App heißt Cut the Rope Classic. Und die ist eigentlich, was den Datenverbrauch angeht, sehr, sehr gut. Die braucht nämlich nur 210 Kilobyte für zwei bis drei kurze Runden Spiel. Also ungefähr 0,2 MB. Die Hersteller haben sich aber offensichtlich gedacht, komm, ist egal, dann haben wir noch eine ganze Menge Platz für unsinnigen Energieverbrauch. Und zusätzlich zu den 0,2 MB, die das Spiel braucht, werden einfach 11,5 MB Daten für die Werbung übertragen. Das geht natürlich auch ganz anders. Nicht 98 Prozent Werbung und zwei Prozent Spiel, sondern fast genau andersrum. 99 Prozent der Datenmenge für das Spiel und 1 Prozent der Datenmenge für die Werbung. So macht das Pet Rescue Saga. Das Spiel kommt insgesamt so, also die Daten, die für die Werbung übertragen werden und die Daten, die für das Spiel übertragen werden, zusammengenommen auf 4 MB. 4 MB zum Vergleich, damit könnt ihr ziemlich genau zwei Lieder bei Spotify streamen. Da scheint mir alles eher einigermaßen im Verhältnis zu stehen. Vor allem dieser Schlüssel 99 zu 1, also 99 Prozent der Daten für das Spiel und 1 Prozent der Daten für die Werbung. Das könnte doch mal Maßstab sein. Das könnte man als Forderung stellen. 99 zu 1 ist möglich. Dieses schlechtes Spiel, Cut the Rope Classic, das hat glücklicherweise nur 100.000 Nutzer. Denn vor allem, wenn eine App viele Nutzer hat, kommt sonst einiges an unsinnigem Stromverbrauch zustande. Das beliebte Spiel Fruit Ninja zum Beispiel hat 500 Millionen Nutzer. Und das nimmt sich blöderweise 75 Prozent seiner Daten für Werbung. Das sind allein für Werbung bei dem Spiel 44 MB. 44 MB, damit könnt ihr schon ein ganzes Album bei Spotify streamen. So eine App wie Fruit Ninja, die ist besonders schlecht. Also ein sehr hoher Anteil an unnützem Datenverkehr und eine relativ hohe Nutzerzahl. Wenn alle Nutzer von Fruit Ninja die App nur ein einziges Mal nutzen, dann werden allein für die Werbung über 22.000 TB Daten übertragen. 22.000 TB, also mein Laptop, der hat eine Festplatte, die ist 1 TB groß und ich mache damit Videos. Ich will sagen, das ist schon relativ groß für einen Laptop. Da sind wir schon im oberen Preissegment. Und man bräuchte allein für die Werbung, die übertragen wird, wenn alle Nutzer von Fruit Ninja die App nur ein einziges Mal nutzen, 22.000 dieser Laptops. Am Bus gestanden, zwei bis drei Runden gedaddelt, bis der Bus kommt, zack, 22.000 fette Laptops. Wie oft spielt man das Spiel so am Tag? Bis jetzt habe ich immer von der Datenmenge gesprochen, aber wie viel Strom muss denn produziert werden, um diese ganzen Daten auf das Smartphone zu kriegen? Das lässt sich so pauschal tatsächlich nicht sagen, denn das hängt stark von der Internetverbindung ab, die man hat. WLAN verbraucht immer weniger Strom als mobile Daten und auch bei den mobilen Daten ist das nicht immer gleich. 5G verbraucht zum Beispiel viel weniger Strom als zum Beispiel Edge, denn je besser die Technik, desto weniger Strom wird verbraucht. In Deutschland sehr weit verbreitet ist das 4G-Netz. Das ist außerdem relativ effizient und diese Spiel-Apps, die spielt man ja hauptsächlich unterwegs, deswegen macht es Sinn, sich die mobilen Daten anzugucken. Also haben wir das mal berechnet, wie das wäre, wenn man mit Fruit Ninja im 4G-Netz hängen würde, wenn man das spielt. Wie viel Strom verbrauchen die Fruit Ninja-Nutzer gemeinsam pro kurzen Spielchen, wenn sie dabei im 4G-Netz hängen für Werbung? Über 22.000 Terabyte Daten, das sind umgerechnet etwas mehr als 200.000 Kilowattstunden Strom. Und da ist jetzt nicht mit eingerechnet, dass für so ein Netz ja auch Sendemasten und so gebaut werden mussten. Das ist wirklich nur der Strom, der verbraucht wird von der Antenne bis zu dem Server, wo die Daten abgerufen werden. 200.000 Kilowattstunden Strom. Ist das jetzt viel? Also im Vergleich zu anderen Spiele-Apps auf jeden Fall. Nehmen wir zum Beispiel diese super beliebte App Candy Crush. Candy Crush hat über eine Milliarde Nutzer. Wenn die so drauf wäre, wie Fruit Ninja, dann würden die Nutzer allein für Werbung gemeinsam pro Spielchen 400.000 Kilowattstunden verbrauchen. Ist aber nicht so. Die verbrauchen nur 13.000 Kilowattstunden. Glück gehabt. Und außerhalb der Welt der Handyspiele? Ich habe ehrlich gesagt da kein intuitives Gespür für. Was ist ein hoher Stromverbrauch, was ein niedriger. Deswegen mal zum Vergleich. Mit 200.000 Kilowattstunden Strom könnte man das Klinikum Dessau fast eine ganze Woche lang betreiben. Fast eine ganze Woche lang und das nur bei einer Spiele-App und nur kurz mal eben drei Röntgen gespielt. Und da muss man dazu sagen, Krankenhäuser verbrauchen sehr viel Strom. Das Gesundheitswesen weltweit emittiert mehr als die Schifffahrt oder der Flugverkehr. Und das Klinikum Dessau, das ist eins der größeren Krankenhäuser in Deutschland. Die haben 800 Betten, 23 Fachrichtungen, zwei Hubschrauber-Landeplätze, ein Schwimmbad, eine große Küche natürlich, eine Betriebskita und dieses ganze medizinische Gerät natürlich, was unglaublich viel Strom verbraucht. Also entweder spielen allem einmal kurz Fruit Ninja oder wir können das Krankenhaus Dessau eine Woche lang betreiben. Und nur damit hier keine Missverständnisse entstehen, hier geht's wirklich nur um die Werbung, nicht um das Spiel. Ich finde das ehrlich erstaunlich. Ist schon klar, das ist deren Geschäftsmodell. Je mehr Werbung, desto besser. Aber von dieser Werbung haben wir überhaupt nichts, außer dass das Spiel kostenlos ist. Im Gegenteil, die Werbung ist immer sehr schlecht für unsere Privatsphäre. Ich habe jetzt hier der Einfachheit halber immer von Werbung gesprochen, aber die Daten, die fürs Tracking genutzt werden, die sind da immer mit eingerechnet gewesen. Beim Tracking werden Daten über den Nutzer gesammelt, um ein Profil zu erstellen, um dann Werbung gezielt auf ihn abzustimmen. Mehr dazu in unserem YouTube-Video 7 Tipps für mehr Privacy auf dem Handy. Werbung ist also immer auch ein Angriff auf unsere Privatsphäre. Und jetzt wissen wir, für Werbung wird auch noch unsinnigerweise sehr viel Energie verbraucht. Werbung ist also doppelt schlecht. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, uns eine Meinung darüber zu bilden, wofür wir als Gesellschaft Energie verbrauchen wollen und wofür nicht und welche Geschäftsmodelle zeitgemäß sind und welche schnellstmöglich in die Geschichtsbücher gehören über die Wildwest-Anfänge der Digitalisierung. Denn das, was wir Digitalisierung nennen, das steht ja erst am Anfang. Und eine Aushöhlung der Privatsphäre und Energieverschwendung, das scheint mir keine gute Grundlage zu sein für das, was da noch kommt. Apropos, falls ihr euch das Videobild sparen wollt, weil ihr uns sowieso nur zuhört und nicht zu seht, uns gibt's jetzt auch als Podcast. Natürlich auf Spotify und Co. Aber wir empfehlen selbstverständlich den RSS-Feed in einem freien Podcatcher eurer Wahl. Zum Beispiel die wundervolle App Antennapod. Alles zum Podcast in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen, außer da auch wir der Macht der Algorithmen hier ausgesetzt sind. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nehmt ein Abo auf YouTube mit, hinterlasst einen Kommentar, zeigt, dass ihr uns mögt und erzählt von uns. Das ist alles gut für den Kanal. Und manche von euch fragen, ob man auch spenden kann, kann man auch dazu alles in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.